3, 2, 1, los! Ja, okay, ihr wollt hier jetzt was gehen? Ja, wir haben tatsächlich jetzt noch gar nicht so viel gefragt. Wir haben auch nicht so den Plan, aber ihr müsst alle in der Wartung ein bisschen unterschreiben. Ja, ihr werdet jetzt halt kein richtiges Spiel sehen. Ja, es soll halt so ein bisschen um Freiheit gehen, oder? Ja, und ich denke auch so, also wenn dann, es hören gleich alle irgendwie was Neues, oder alle hören irgendwas, was sie schon mal gehört und gesehen haben. Ja, ich glaube ja nicht. Wenn keiner andere bitte sehen wollt, ja, vielleicht müssen wir uns auch gar nicht so viel Länge ziehen. Ich will mich auch gerade echt krass beobachten. Ich will das ein bisschen unruhig für uns. Ja, kurz und nackig. Sie sitzen im Reihen. Sie wählen ein Muster. Sie sitzen in einer gewissen Ordnung. Ihre Gesichter zeigen in eine gewisse Richtung. Sie sitzen im gleichen Abstand zueinander. Vorbildlich. Sie wählen eine Einheit. Sie sind eine Zuhörerschaft, die sich im Zuschauerraum befindet. Aber die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Ja, doch. Die Gedanken sind frei. Noch sind sie frei. Aber jetzt denkt mal nicht an den rosa Elefanten. Und? Gelb. An den gelben, ja, blauen, grünen Regenbogen Elefanten. Hat funktioniert? Die Gedanken sind frei. Keine Menschheit. Denkt man an nichts? Nein, nicht an nichts, denke ich. Irgendwas ist doch immer da. Was ist denn überhaupt nicht? Das ist nichts. Was sind die Gedanken frei, wenn ihr Sachen nicht könnt, wenn ihr nicht an nichts denken könnt? Aber wenn ich euch jetzt sage, ihr denkt an alles, könnt ihr dann an alles denken? Oder ist das schon wieder nicht frei, weil ich euch gesagt habe, dass es das dürfte? Denkt auch mit, oder? Ja, ihr denkt schon mit, oder? Ihr seid schon hier. Und indem wir das sagen, schleichen wir uns eigentlich an eure Gedanken. Ihr schaut uns nicht zu. Ihr schaut uns an. Wir schauen euch an. Ich fühle mich wohl, wenn ihr so angeschaut werdet. Das ist okay. Wenn ich jetzt gleich gucke. Ja, ich fühle mich an Gedanken. Das ist jetzt ein bisschen dick. Ich fand es eigentlich ganz cool. Und vielleicht schleichen wir uns auch, wenn eure Hintergedanken. Ihr seid ganz ungeschützt. Auf jeden Fall angeschlichen, schleich dich. Wir gucken euch genauso an, wie ihr uns. Bin ich wohl da jetzt, wenn ihr euch euch nicht anschaut? Ich fühle mich wohl da, Karin. Guck. Guck. Und wenn du sagst, steht auf. Aufstehen. Wenn du sagst, steht auf. Wenn du steht auf. Nee, ja, das ist die Antwort. Okay. Okay. Wenn du liegst, könnt ihr dann? So. So. So steht ihr Freier. Oh. Wenn du sagst, dreht euch im Kreis. Passt euch am Kopf. Wenn du sagst, kommt euch im Ohr. Und wenn du sagst, schaut euch an. Von einen Seiten. Und wenn du sagst, springt. Und jetzt klappen die Hände. Okay. Aber ihr seid frei. Wenn du sagst, ihr seid frei.